Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu NZZ Stammpunkte. Die schweizerische CVP hat schon bessere Tage gesehen. Ihr nationaler Wähleranteil hat sich in den letzten 30 Jahren halbiert und liegt heute bei knapp 12%. 2003 musste die Partei einen von zwei Bundesratssitzen an die SVP abtreten. Von ihrer Herkunft her ist die CVP eine katholische Milieupartei mit stabiler, konfessioneller Wählerschaft. Sie müht sich seit Langem ohne viel Erfolg in der breiteren politischen Mitte Fuss zu fassen. Die CVP steht für die Verbindung des Christlichen mit dem Sozialen. Damit könnte sie glaubwürdig Positionen besetzen, nach denen in Zeiten der Globalisierung durchaus eine Nachfrage besteht. Stattdessen will sie alles zugleich sein. Sozial, liberal, konservativ, grün. Warum pflegt die CVP weiterhin das Image der offenen Mitte Partei, wenn ihr die Wählerinnen und Wähler die Gefolgschaft versagen? Was unternimmt die CVP, um in der polarisierten Schweizer Politiklandschaft nicht in die Bedeutungslosigkeit abzudriften? Und welche Antworten hat sie auf drängende Probleme unserer Zeit? Europa, Migration, Altersvorsorge? Über diese Fragen sprechen wir mit dem Zugang-Nationalrat Gerhard Pfister. Der ehemalige Gymnasiallehrer ist seit 2016 Präsident der CVP Schweiz. Er gilt als wirtschaftsfreundlich und staatsskeptisch und ist angetreten, das wertkonservative Profil seiner Partei zu schärfen. Herzlich willkommen, Herr Pfister. Guten Tag, danke für deine Antworten. Herr Pfister, vor zwei Jahren haben Sie das Parteipräsidium übernommen. Sie haben die Partei dezidiert sozial-konservativ positioniert. Den Wählerschwund konnten Sie damit noch nicht stoppen. Und nun formiert sich der linke Flügel neu. Ist Ihre Rechnung nicht aufgegangen? Doch, sie ist aufgegangen, auch wenn sie sich noch nicht ausbezahlt hat. Der linke Flügel formiert sich nicht neu. Der christlich-soziale Flügel war immer schon in der Partei wichtig. Er war mir persönlich auch wichtig. Und das, was jetzt von den Medien auch etwas herbeigeschrieben ist, grenzt schon etwas an Bösartigkeit. Denn ich bin es selber, der vor zwei Jahren die christlich-sozialen Flügel aufgefordert hat, sich neu zu formieren und sich innerhalb der Partei neu zu konstituieren. Also insofern ist das meine Initiative gewesen und nicht eine Kritik an meiner Präsidentschaft. Ich will selbstverständlich nicht bösartig sein. Aber wenn man so von außen auf die Partei drauf guckt, gibt es dann doch schon einen Graben zwischen eher rechten Flügel, dem eher linken Flügel. Kurioserweise ist das auch die Linken sind eher die Frauen, die Rechten sind eher die Männer in der CVP. Wie sehr belastet das die Partei, dass sie dann doch zwei so erkennbar starke Flügel nach aussen hat? Dass die Partei diese zwei Ausprägungen hat, hat etwas mit ihrer Geschichte zu tun. Sie ist entstanden, die CVP heutigen Zuschnitts ist entstanden aus einer Fusion von katholisch-konservativen und christlich-sozialen. Und das hat sie immer schon ausgemacht. Was Sie jetzt feststellen, ohne Bösartigkeit Ihnen zu unterstellen, aber Kritik natürlich. Ich würde es anders sehen. Wir sind seit zwei Jahren merklich geschlossener aufgetreten. Wir haben klare Positionen gehabt. Das wird uns auch allseits attestiert. Und wir haben tatsächlich es verstanden, in aller Vielfältigkeit, die wir haben, die unsere Partei eben auch auszeichnet, jetzt wieder zu klaren Positionen zu kommen. Das wird sich auf die Länge auszahlen, auch wenn ich mir bewusst bin, dass die Öffentlichkeit, die Medien und auch die Wähler natürlich nicht sehr geduldig gewesen sind. Aber ich bin überzeugt, wir sind auf dem richtigen Weg. Und noch einmal, diese Schlagzeilen in den letzten Wochen haben nicht entsprechende Realität, der parteiinternen Realität überhaupt nicht. Aber wenn Sie einen Flügel auffordern, sich zu formieren und sich zu stärken, was ist denn die Strategie dahinter? Die Strategie dahinter ist, dass ich immer angetreten bin mit einem etwas saloppenspruch, dass ich gesagt habe, wir in der CVP müssen lernen, besser zu streiten. Wir müssen die wichtigen Auseinandersetzungen früher führen und wir müssen lernen, frühzeitiger zu streiten. Das heisst, wir müssen dort, wo wir sehen, dass wir uns nicht einig sind, das müssen wir früher aufgreifen. Und deshalb gehört es dazu, dass möglichst die verschiedenen Flügel und die verschiedenen Aspekte möglichst frühzeitig in die Entscheidfindung einbezogen werden. Das ist der eigentliche Grund. Und wir haben einen Wirtschaftsflügel, der sich in der sogenannten Arbeitsgemeinschaft für Wirtschaft und Gesellschaft konstituiert hat. Und es war mein Anliegen, die christlich-sozialen, die Vertretung der Arbeiterschaft in unserer Partei ähnlich zu organisieren wie die AWG. Jetzt haben Sie sich ein neues Etikett gegeben, bürgerlich-sozial. Das klingt mit Verlaub ein wenig nach politischer Lyrik und wenig präzis. Was heisst bürgerlich-sozial? Bürgerlich heisst, wir sind eine Partei, die der Selbstverantwortung Vorzug gibt. Ich glaube, das kennzeichnet bürgerlicher Parteien aus, dass sie grundsätzlich die Freiheit und die Selbstverantwortung zuvorderstellen und erst dann bei der Problemlösung den Staat anrufen oder staatliche Lösungen bevorzugen. Das unterscheidet bürgerliche Parteien von sozialdemokratischen Parteien von linken Parteien. Deshalb sind wir eine bürgerliche Partei. Wir sind auch gleichzeitig eine soziale Partei, weil wir im Gegensatz zu den Liberalen, im Gegensatz zur SVP, die soziale Verantwortung der Politik, die soziale Marktwirtschaft, die eine christdemokratische Idee ist, stärker akzentuieren. Deshalb bürgerlich und sozial. Und Sie bezeichnen sich als die echte Volkspartei. Womit ich mich natürlich frage, ob Sie damit die andere, grosse Volkspartei, als unecht anschauen. Ob wir die anderen als unecht, das ist nach mir zu beurteilen. Aber ich bin zutiefst überzeugt, der Anspruch von christdemokratischen Parteien in Europa, nach dem Zweiten Weltkrieg, als diese christdemokratischen Parteien ja dann sich formierten, der Anspruch war eben genau, eine integrative Funktion auszuüben. Wir sind Sammelbewegungen von Arbeitgeber bis zum Arbeitnehmer unter der Identität des C. Ob das heute noch gelingt und ob das heute ein erfolgsversprechendes Rezept ist, wenn man sieht, wie die christdemokratischen Parteien in ganz Europa durchaus nicht problemlose Zeiten erleben. Ob das gelingt, das können wir ja vielleicht noch diskutieren. Aber das ist der Anspruch von christdemokratischen Parteien, dass sie grundsätzlich integrativ sind und nicht ausgrenzend. Und deshalb entspricht das dem ursprünglichen Konzept einer Volkspartei, die breit aufgestellt ist, die versucht, integrativ zu sein und nicht auszugrenzen. Deshalb halten wir für uns schon fest, dass wir die echte Volkspartei sind. Nun haben Sie selber Europa angesprochen. Und wenn man sich in Europa anschaut, dann sieht es für christliche Parteien, christlich-konservativ, christlich-sozial, nicht besonders rosig aus. In Italien ist die Partei schon längstens zerbröselt. In Deutschland von 40 jetzt auf bald 30 Prozent runter. In Frankreich gibt es gar keine solche Kraft mehr. Heisst das, dass Sie ein aussterbender Dinosaurier sind? Nein, es heisst, dass das Konzept der Volkspartei, dass das neu konzipiert werden muss. Ich glaube, es gibt auf dem politischen Markt, und wenn man so will, das Entscheidungsverhalten der Wähler hat sich massiv geändert. Wählerinnen und Wähler wählen heute die Parteien, die ihren Ideen zu einer gewissen Zeit entsprechen. Die CVP ist eine Partei, die vornehmlich auch gewählt wurde aus Gewohnheit, aus Tradition, aus der Geschichte heraus. Einfach eine ganz kleine Klammerbemerkung, damit ich das einmal noch gesagt habe in der ganzen Sendung. Wenn man den nationalen Wähleranteil der CVP ansieht, dann ist der bei knapp 12 Prozent. Wenn man in gewissen Kantonen, wo die CVP eine grosse Tradition hat, das ansieht, dann haben wir dort zum Teil einen Wähleranteil, der weit grösser ist als der nationale Wähleranteil von SVP, FDP oder SP. Das heisst, dort sind wir tatsächlich noch eine Volkspartei mit breiter Aufstellung. Das gesagt, muss man aber schon attestieren, dass es die Herausforderung der CVP ist, aus einer Partei, die man eben aus Gewohnheit und Tradition gewählt hat, zu einer Partei zu werden, die man wie andere Parteien aufgrund ihrer Ideen, aufgrund ihrer Programmatik wählt. Und das ist für eine Mieterpartei eine ganz spezielle Herausforderung. Aber Ihre Frage, ob die Krisen der europäischen Volksparteien oder der christdemokratischen Volksparteien in Europa, ob das auch auf die CVP einen Einfluss hat, selbstverständlich. Aber man muss dann schon sehen, man muss dann schon einzelne Länder miteinander wieder etwas differenzieren. Ich glaube, die Parteienverhältnisse in Italien sind nicht vergleichbar mit denen in der Schweiz. In Deutschland sehen wir ja auch, dass die beiden grossen Volksparteien, SPD und CDU, Konkurrenz bekommen an den Rändern, auch in der Mitte, von einer liberalen Partei. Es gibt eine Aufsplitterung der Parteienlandschaft und es gibt mehr Konkurrenz. Und das ist per se überhaupt nicht schlecht. Ich begrüsse das ja auch. Aber es zeigt, die Herausforderung für die CVP wird dadurch natürlich nicht einfacher, weil sie sich in diesem Wettbewerb behaupten muss. Sie sagen selber, die Ränder werden gestärkt. Im Moment haben bei den Wählern eher Parteien Auftrieb, die ein klares, ganz spitzes, enges Profil haben. Sei es am populistischen Rand, sei es aber auch weniger populistisch. Hauptsache, man hat ein klares Profil und damit können Sie nicht punkten. Damit konnten wir bislang nicht punkten. Aber wenn Sie das Verhalten und die Positionierungen, die Entscheide der Fraktionen ja ansehen in den letzten zwei, drei Jahren, dann wird uns ja allerseits attestiert, dass die Fraktion, dass die CVP geschlossener aufgetreten ist, dass sie klarer aufgetreten ist. Und ich bin überzeugt, das ist der richtige Weg, an dem man jetzt festhalten muss, an dem man nicht vorzeitig wieder abbrechen sollte. Und trotzdem stellen Sie ja, oder traditionellerweise, das Christliche ins Zentrum. Und wir leben aber heute in einer säkularisierten Gesellschaft. Und die Frage stellt sich schon, inwiefern hält denn dieses Christliche als Anker in einer solchen Gesellschaft noch? Unsere Gesellschaft lebt, unser Rechtsstaat moderner Ausprägung lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht geschaffen hat. Sie kennen das alle. Das ist letztendlich dann auch das Christentum. Aber ich unterscheide sehr stark zwischen christlich und christdemokratisch. Das ist für mich ein grosser Unterschied. Ich glaube, das Christliche ist eine persönliche Glaubensüberzeugung, die jeder für sich haben kann. Oder eben dann auch nicht. Und das ist auch gut so. Das Christdemokratische ist der Versuch, die christliche Tradition dann auch in der Gesellschaft und in der Politik umzusetzen. Es ist keine Abforderung eines Glaubensbekenntnisses. Es ist eine Ausrichtung an freiheitlichen und solidarischen Werten, die natürlich auch andere Parteien haben. Aber letztendlich muss man immer etwas aufpassen. Das Christliche ist eine prägende Kultur für unseren Rechtsstaat und auch für die Aufklärung. Aber man sollte nicht mit dem Christlichen quasi missionarisch in die Politik eingehen. Ich mache einen grossen Unterschied zwischen christlich und christdemokratisch. Aber das Etikett oder der Begriff des christlichen Abendlandes hat erfährt zwar jetzt eine neue Renaissance, allerdings aus einem ganz klaren Grund, nämlich wegen der wachsenden muslimischen Integration in ganz Europa. Sie haben sich dazu ganz klar positioniert und haben gesagt, der Islam gehört nicht zur Schweiz. Wieso? Ich wurde gefragt, das ist mir ganz wichtig, ich wurde gefragt, was hat die Kultur, was hat die Geschichte unseres Landes geprägt? Das Christentum oder auch der Islam? Und da habe ich gesagt, aus meiner Sicht das Christentum. Insofern, dass der Islam unsere Kultur nicht geprägt hat, gehört der Islam nicht zur Schweiz. Was ich aber im gleichen Satz auch gesagt habe, ist, dass die Muslime, die hier leben, selbstverständlich zur Schweiz gehören. Man muss da schon etwas unterscheiden. Aber ich teile Ihre Auffassung, dass der Westen durch die grossen Migrationsbewegungen, aber auch durch die terroristischen Auseinandersetzungen, die wir in Europa haben, die wir eigentlich schon früher haben, aber die nach jetzt nach Europa geschwappt sind, dass wir herausgefordert sind, zu reflektieren, was sind unsere Antworten darauf. Was sind unsere Antworten auf Bewegungen, die sich einerseits die Freiheiten herausnehmen, die unsere westliche Gesellschaft ihnen bietet, nämlich die Gedankenfreiheit, die Glaubensfreiheit, aber innerhalb dieses rechtsstaatlichen Systems für sich dann doch herausnehmen, nicht alle Regeln dieses Rechtsstaates zu übernehmen. Da sind wir gefordert und ich stelle schon fest, dass Fragen der Identität, der Kultur, der Geschichte wichtigere Themen werden in der westeuropäischen Politik, als sie vielleicht noch vor 20 Jahren. Aber welche Antwort soll... Sie haben ja 2006 bereits ein Religionspapier veröffentlicht. Sie sind jetzt an der Redaktion eines neuen Papiers. Sie fordern darin eine klare Integration, beispielsweise Mittelsprache. Sie fordern aber sehr klar auch die Anerkennung der Verfassung, die Anerkennung der Werte in unserer Gesellschaft. Meinen Sie, dass Sie diese Position besonders glaubwürdig vertreten können oder kommen Sie nicht umgekehrt eigentlich in den Verdacht, dass Sie das eigene auf Kosten des anderen verteidigen? Dieser Verdacht, der wird uns natürlich von politischen Gegnern oder auch von Kritikern natürlich entgegengebracht. Ich sehe es anders. Natürlich muss ich es anders sehen. Und natürlich muss ich es sagen, aber ich sehe es tatsächlich anders. Ich glaube, eine christdemokratische Partei ist besonders herausgefordert, auf diese Fragen Antworten zu liefern. Und zwar Antworten zu liefern, die uns unterscheiden von anderen Parteien. Und das versuchen wir, das tun wir. Sie haben zu Recht gesagt, dass schon unter meiner Vorvorgängerin, Frau Leutert, als sie damals Parteipräsidentin war, die erste Positionierung der CVP zum Verhältnis, zum Problem Rechtsstaat, Fundamentalismus erfolgte. Wir haben es aus meiner Sicht auch bedauerlicherweise etwas unterlassen, diese Positionierung dann wirklich auch weiter zu betreiben, auch weiter zu pflegen. Und jetzt ist es so, dass wir das natürlich dann wieder machen und uns da versuchen zu unterscheiden von anderen Parteien, indem wir klar sagen, was in diesem Lande an Rechtsstaat durchzusetzen ist und wo die Glaubensfreiheit oder die Kultusfreiheit besser, nicht die Glaubensfreiheit, aber die Kultusfreiheit eben auch ihre Grenzen hat. Braucht eine solche Position Mut oder ist es einfach eine sachliche Angelegenheit? Sie braucht keinen Mut. Wir sind eine offene Gesellschaft. Wir sind eine liberale, diskussionsfreudige Gesellschaft. In unserer Gesellschaft kann man sehr vieles sagen, ohne dass man schon gar nicht um Leib und Leben fürchtet. Es braucht etwas Mut, indem man sich dann auch der Kritik stellt. Es wäre ja geradezu vermessen zu glauben, dass man mit solchen Positionen nicht auch Kritik erfährt. Aber diese Kritik kommt in allermeisten Fällen sehr sachlich daher, sie kommt politisch daher, sie zielt nicht auf die Person und insofern ist das überhaupt kein Problem. Und es ist auch meine Aufgabe, dass ich die Ideen der CVP vertrete und dass ich auch dafür die Kritik einstecke oder die Kritik dann eben auch zu kontern versuche. Das ist ein normaler politischer Diskurs. Eine sehr klare Position auf die Frage, ob die Integration der Muslime irgendeinmal gelingen wird, sagten Sie in einem Interview, das schliesse ich aus. Wenn ich es so gesagt habe, dann würde ich das heute nicht mehr so sagen. Ich glaube, es geht nur Integration von Muslimen. Und da bin ich mit moderaten Muslimen, die in der Schweiz leben, und die das genau gleich sehen wie ich, geht nur über das Bekenntnis zum Rechtsstaat. Und es gibt im Islam, wenn er dogmatisch ausgelegt wird, das Prinzip, dass die Scharia über dem Rechtsstaat zu gelten hat. Und das ist aus meiner Sicht nicht kompatibel mit fundamentalen Werten unserer Gesellschaft. Was heisst Bekenntnis zum Rechtsstaat? Wie soll das ganz konkret gelebt werden? Es ist ja schön zu sagen, die Muslime müssen sich zum Rechtsstaat bekennen. Aber das ist eine so allgemeine Formulierung, dass man das schon ein bisschen mal an einzelnen Punkten festmachen sollte. Was heisst das bei so Sachen wie, man gibt jemandem nicht die Hand, man will nicht am Sportunterricht teilnehmen, man will eine Burka tragen. Wie positionieren Sie sich da? Die Schweiz hat ja die gute Tradition, dass sie solche eher abstrakten Diskussionen dann immer sehr konkret entscheidet. Und Sie haben ein paar Beispiele dieser Diskussion erwähnt. Ich glaube, die Handschlagverweigerung, wenn wir das nehmen, ist ja nicht etwas, wo man allen Ernstes sagen müsste, man muss jetzt da legiferieren. Sondern wenn Jugendliche einer Frau den Handschlag verweigern, mit der Begründung, das verbiete ihnen ihre Religion, dann sind das ernstzunehmende Zeichen einer misslungenen Integration, nicht einmal der Jungen, sondern vor allem deren Eltern. Und dann sind das aus meiner Sicht ernstzunehmende Alarmzeichen, die wir in der Schweiz dann, man mag das manchmal etwas übertrieben finden, wenn man dann darüber diskutiert und politische Sendungen darüber macht. Aber ich bin immer noch der Meinung, es ist besser, wir diskutieren das offen, anstatt dass wir wie in Frankreich sagen, das ist kein Problem und dann eine Ghettoisierung haben. Das gesagt, wie, was heisst das? Sie müssen sich zum Rechtsstaat bekennen. Ich glaube, da kann man sehr viel von der katholischen Kirche lernen. Die katholische Kirche hat im Zweiten Vatikanum, hat sie ihr Verhältnis zum demokratischen Rechtsstaat der Nachkriegszeit geklärt. Und sie hat dort mit einer Enzyklika, Lumen Gentium, hat sie dort beschlossen und hat gesagt, die Glauben, die Kultusfreiheit, wir sind bereit, die Kultusfreiheit einzuschränken, wenn in einer demokratischen Gesellschaft demokratisch beschlossene Gesetze uns das gebieten. Und das ist aus meiner Sicht der ganz entscheidende Schritt, den die katholische Kirche gemacht hat. Ich erinnere dann, die Jesuiten waren mehr als 100 Jahre lang verboten, weil man nicht überzeugt war, dass sie ein ganz, ganz klares Bekenntnis zum Rechtsstaat ablegen würden. Das hat sich mittlerweile Gott sei Dank auch erledigt. Und genau diesen Schritt, genau solche Prozesse müssen auch von den muslimischen Gemeinschaften in der Schweiz einzufordern sein. Glauben Sie, dass Sie damit ans Ziel kommen? Ich persönlich oder ob wir damit ans Ziel kommen? Die Schweiz mit ihrer Politik, mit ihrer Art und Weise, wie sie das fordert oder nicht fordert. Ich bin nicht überzeugt, weil wenn Sie die Integrationsleistung der Schweiz ansehen im Vergleich zu anderen europäischen Staaten, dann ist das eine unglaublich grosse Integrationsleistung, die einerseits, wenn man so will, die Leistung der Schweiz als Gesellschaft ist, aber andererseits natürlich auch eine grosse Leistung der hier ansässigen Ausländerinnen und Ausländer. Wir haben eine weitaus höhere Ausländerquote als die allermeisten Länder in Europa. Luxemburg hat noch eine etwas höhere, aber es ist nicht ganz vergleichbar mit der Schweiz. Und wir haben im Grossen und Ganzen keinerlei nennenswerte Probleme mit der Integration von Ausländerinnen und Ausländern, wie sie Frankreich hat, wie sie Deutschland hat, wie sie Italien auch hat. Das ist eine grosse Leistung der Schweiz. Und deshalb bin ich fundamental davon überzeugt, dass genau diese Diskussionen, auch wenn sie eben auch kontrovers sind, dass sie genau nötig sind und dass die Schweiz mit der direkten Demokratie eben in der Lage ist, solche Probleme frühzeitig zu diskutieren. Und das verhindert, das verhindert aus meiner Sicht ganz fundamental, das Entstehen von rechts- oder linkspopulistischen, ausserparlamentarischen Bewegungen, die dann früher oder später auch ins Parlament hineinkommen. Das ist ein grosses Verdienst der Schweizerinnen und Schweizer. Jetzt ist ja die Integrationsproblematik nicht ganz von der Migration, also nicht ganz zu trennen. Und da vertreten Sie eine relativ konservative Linie. Ja. Kommen Sie da nicht ins Gehege mit der christlichen Nächstenliebe? Nein, weil ich mich auch in meiner konservativen Linie, als was Sie das bezeichnen, mich an den Rechtsstaat halte. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass wir von jedem Migranten, der zu uns kommt, sei es, wenn er Arbeit sucht und Arbeit findet, sei es, wenn er Schutz sucht und Schutz findet, konsequent einfordern müssen, dass er sich an die rechtsstaatlichen Regeln dieses Landes hält. Das können wir verlangen, das müssen wir verlangen. Das hat überhaupt nichts mit Inhumans zu tun. Der Rechtsstaat ist die Institution gewordene Humanität einer Gesellschaft. Und deshalb ist es überhaupt nicht unchristlich, dieses Erfordernis an jeden zu stellen, der in der Schweiz sich aufhält. Und von daher habe ich nicht den Eindruck, bin ich zutiefst überzeugt, dass das nicht unchristlich ist. Der Rechtsstaat hat aber auch eine andere Seite. Wir können in der Schweiz nicht alle, die sich theoretisch vorstellen könnten, in der Schweiz sich aufzuhalten, aufnehmen. Das ist so hartes Klingen mag letztendlich auch ein Mengenproblem. Das mag härter klingen, als es gemeint ist, aber letztendlich dürfen wir diese Auseinandersetzung nicht scheuen. Und wir müssen schauen, dass in der Schweiz diejenigen bleiben können, die Schutz verdienen, die den Schutz brauchen. Aber das heisst eben auch, dass die anderen Leuten, anderen Menschen, denen die Rückkehr zumutbar ist, auch dafür einsetzen, dass diese Rückkehr auch stattfindet. Das ist die harte Seite des Rechtsstaates, aber es ist immer auch eine rechtsstaatliche Angelegenheit. Es ist immer dann noch die Frage, wie wir das tun. Und da unterscheiden wir uns tatsächlich auch von anderen Ländern, auch in Europa. Wir tun das auf eine möglichst menschliche Art, im Bewusstsein, dass das eine ganz, ganz schwierige Aufgabe ist. Aber da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass solange man sich auf der rechtsstaatlichen Linie bewegt, das in keiner Weise inhuman ist. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, zur CVP und ihren künftigen Wahlaussichten. Ihre Bundesrätin, Frau Leuthardt, hat angekündigt, dass sie nicht ein weiteres Mal antreten wird, wann auch immer sie ihren Rücktritt erklären wird. Stehen Sie parat, um Ihr Nachfolger zu werden? Ich werde das periodisch, seit ich Parteipräsident bin, auch schon früher werde ich das periodisch gefragt. Ich habe mir dann begonnen, ein Set von möglichst unverbindlichen Antworten zurechtzulegen, weil ich tatsächlich auch zur Überzeugung bin, institutionell ist es gut in diesem Lande, wenn über solche Fragen erst dann diskutiert wird, wenn sie sich dann überhaupt einmal stellen. Frau Leuthardt hat im letzten August nichts anderes gesagt, als was eigentlich alle schon angenommen haben, dass das ihre letzte Legislatur sein wird. Dabei bleibt sie und der Rest, wann sie zurücktreten will, innerhalb der letzten Legislatur oder auf Ende der letzten Legislatur, das bleibt ihr persönlicher Entscheid. Wir sind gut damit gefahren in der Schweiz, dass wir solche Gewohnheiten beibehalten. Insofern werde ich mich zu dieser Frage nicht äussern, bevor Frau Leuthardt ihre Demission nicht angekündigt hat. Sie haben gesagt, Sie haben jetzt ein ganzes Set von Antworten. Das kann ich verstehen, wenn Sie die Debatte je nachdem nervt oder langweilt. Aber Sie haben ja ein ganz einfaches Mittel, um dieser Debatte ein Ende zu machen, indem Sie erklären, nein, Sie stehen unter gar keinen Umständen bereit. Ja, das habe ich vor zwei Jahren einmal gesagt. Ich sehe mich nicht als Kandidaten. Dann hat die Zeitung, die das geschrieben hat, gesagt, Dementis sehen anders aus. Ich halte mich daran, dass man mir ohnehin nicht glauben wird, was ich sage. Und deshalb ist das eine Frage, die ich verstehe, dass sie so journalistisch interessant ist. Es ist ein gutes Konversationsthema, weil es sich natürlich auch immer um Personalien dreht. Aber ich persönlich bin angetreten, das Präsidium der CVP Schweiz zu übernehmen. Die Warteschlange für dieses Amt war nicht so gross wie die vermutete Warteschlange für die Nachfolge von Frau Leuthardt. Aber ich lasse das einmal sehr gelassen auf mich zukommen. Persönlich hätte ich überhaupt kein Problem, Frau Leuthardt würde entscheiden, auch noch die nächste Legislatur anzupacken. Sie hat durchaus in Ihrem Departement die eine oder andere Herausforderung noch zu bewältigen. Sie fühlen sich also gleichsam frei. Das ist eine klare Position. Das ist auch gut so. Und trotzdem stehen Sie vermutlich in der Pflicht, als Parteipräsident für die mögliche Nachfolge auch Frauen aufstellen zu können. Sind Sie da vorbereitet? Ich habe den Frauenorganisationen in unserer Partei schon vor mehr als einem Jahr gesagt, ich habe keinerlei Anzeichen, was Frau Leuthardt machen wird. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch einmal zwölf Jahre im Bundesrat bleibt, ist eher geringer, als dass sie früher aufhört. Ich habe den Frauen gesagt, ihr solltet euch vorbereiten. Warum habe ich das den Frauen gesagt und nicht den Männern? Es ist tatsächlich so, dass für diese Ämter es Frauen nach wie vor etwas schwerer haben als Männer. Das ist so. Die CVP hat wesentlich mehr Frauen in Bundesratsämtern gehabt als die FDP. Die FDP hat zwei Sitze. Insofern habe ich schon den Eindruck, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir werden sie auch diesmal ganz bestimmt machen. Aber ich glaube, damit eine Frauenkandidatur wirklich Erfolg hat, muss sie längerfristig vorbereitet werden als eine Männerkandidatur. Dazu stehe ich eigentlich, dass das so ist. Das habe ich den Frauen gesagt. Es ist für mich unvorstellbar, dass die CVP, wenn diese Frage dann einmal kommt, nicht mindestens eine Frau auf dem Ticket haben wird. Bleiben wir doch gerade noch im Moment bei den Frauen, wenn wir noch ein bisschen auf politische Themen eingehen. Zu Beginn dieser letzten Session ging es ja um die Lohngleichheit. Gleich drei Ihrer Ständeräte haben sich dafür eingesetzt, dass das Geschäft zurückgewiesen wird. Als Frau würde ich sagen, konservativ ja. Ob es auch sozial ist, da würde ich doch ein Fragezeichen setzen. Das mögen Sie als Frau so sehen. Wenn Sie als liberale Frau argumentieren würden, würden Sie es vielleicht auch etwas anders sehen. Mit Betonung auf vielleicht. Lassen wir das mal so. Lassen wir das einmal offen. Ich glaube, wir haben es hier schon mit einer nicht ganz einfachen Sache zu tun. Und ich nehme vorweg, dass die Art und Weise, wie unsere Ständeräte sich in dieser Frage verhalten hatten, sagen wir einmal, kommunikativ verbesserungswürdig gewesen wäre. Ich glaube, man kann in dieser Frage nicht gegen den Grundsatz sein, gegen die gleiche Behandlung. Man kann aber in dieser Frage getrost der Meinung sein, ist dieses Gesetz ideal, um diese Gleichstellung auch wirklich zu bewirken oder gibt es nicht andere Lösungen oder andere Möglichkeiten. Und diese Auseinandersetzung hat man aus meiner Sicht innerhalb der CVP-Ständeräte zu wenig klar und vor allem nicht rechtzeitig geführt. Das, was jetzt herausgekommen ist, mit dem kann ich leben. Aber ich glaube, wir müssen schon schauen, dass die Gleichstellung in diesen Fragen besser funktioniert. Wir müssen aber auch schon sehen, dass die Wirtschaft selber unglaubliche Fortschritte in dieser Frage gemacht hat. Und das zeigt ja auch, dass nicht immer der Staat mit einem Gesetz, mit einer Regel das Ziel erreichen kann, sondern dass es manchmal auch den Unternehmen selber überlassen werden sollte. Aus meiner Sicht, ich habe auch das eine oder andere Unternehmen immer gehabt. Für mich war diese Frage nie ein Thema. Ich habe immer den Job bezahlt und nicht die Person und schon gar nicht das Geschlecht. Von daher habe ich nie begriffen, wieso man das eigentlich nicht in jedem Unternehmen macht. Weil jedes Unternehmen, das wirtschaftlich erfolgreich sein will, kann es sich nicht leisten, auf eine Gleichstellung zu verzichten. Das sehe ich persönlich nicht ein, wieso das nicht der Fall sein kann. Wir haben ja jetzt eine Diskussion darüber, ob man in der Bundesverfassung auch einen Geschlechterproporz für die Politik verankern muss. So wie wir ja auch schon einen regionalen Proporz haben. Wie ist da Ihre Position? Meine persönliche Position ist, das braucht es nicht. Und ich bin da, ich finde in dieser Frage, ich will da nicht allen alles unterstellen, aber es gibt da schon auch eine gewisse Heuchelei in dieser Frage. Weil ich war jetzt schon bei ein paar Bundesratswahlen dabei. Und es gab auch höchstwahlable Kandidaturen von Frauen, die es problemlos geschafft hätten, in den Bundesrat zu kommen, wenn alle, die jetzt eine Quote fordern, diese Frauen auch gewählt haben. Ich erinnere, als es eine Vakanz gab im Bundesrat daran, war bei der freisinnigen Partei, war das Zweierticket, Frau Karin Keller-Sutter aus dem Kanton St. Gallen und Schneider Amann. Wenn man Frau Keller-Sutter damals gewählt hätte, wären es temporär fünf Frauen in einem siebenköpfigen Bundesrat gewesen. Ich habe Frau Keller-Sutter gewählt, weil das mir völlig egal war, weil ich sie damals, Herr Schneider Amann möge mir das verzeihen, weil ich sie damals für die bessere Kandidatin hielt. Insofern stelle ich dann aber immer auch fest, dass vom linken Spektrum des Rates immer dann auch sehr starke Kritik kommt, wenn es eine Frau ist, die einen dezidiert bürgerlichen Kurs vertritt. Ich kann mich daran erinnern, als Frau Leuthard gewählt wurde, da hat die CVP nur Frau Leuthard, ausschliesslich Frau Leuthard, aufgestellt, hat dann einer Ticket gemacht. Die grösste Kritik an dieser Kandidatur kam von links. Ich kann mich erinnern, dass noch am Tage ihrer Wahl ein linker Gewerkschafter nach vorne gegangen ist und sieben oder ein paar Gründe aufgezählt hat, warum diese Frau nicht wählbar für ihn sei. Und man sollte einfach den Mut haben, zu sagen, bei dieser Frage, wie viele Frauen sollen in den Bundesrat Einsitz nehmen, oder gibt es eine Quote, ja oder nein, sollte man so ehrlich sein und immer auch sagen, es gibt auch eine politische Komponente daneben. Es ist klar, dass die Bundesversammlung auch nach der politischen Ausrichtung dieser Menschen, egal ob es Frau oder Mann ist, wertet. Und das wird aus meiner Sicht in dieser jetzigen Diskussion etwas zu sehr ausgeblendet. Wenn alle, die jetzt eine Quote fordern, früher Frauen bedingungslos gewählt hätten, wir hätten mehr Frauen jetzt im Bundesrat. Ein wichtiges Thema bei Ihnen ist ja auch die Familienpolitik. Sie fordern die Abschaffung der Heiratsstrafe, interessanterweise gleichzeitig mit der Unternehmenssteuerreform, die immer noch hängig ist. Sie fordern Vaterschaftsurlaub. Was für ein Familienbild transportieren Sie da? Und welche Rolle geben Sie da dem Staat, bei der Familie? Für mich ist die Familie der Nukleus der gesellschaftlichen Selbstverantwortung. Ich glaube, die Familie findet dort statt, wo nachhaltig und sorgsam mit Kindern umgegangen wird, oder wo Kinder herangeführt werden auf ihr Leben als Erwachsene. Das ist unabhängig von der Familienform. Deshalb ist das Kindeswohl für mich im Zentrum. Der zweite Punkt, der für mich im Zentrum ist bei der Familie, ist tatsächlich, dass alles, was die Familie regeln kann, in der Familie bleiben soll und die Familie regeln soll. Weil sie, der Nukleus ist, eine Gesellschaft im Kleinen. Dies gesagt, heisst es aber auch, dass wir diesen Nukleus, dass wir diesen Kern des gesellschaftlichen Zusammenslebens auch stärken müssen. Und das tun wir, indem wir Forderungen aufstellen, dass zum Beispiel die Heiratsstrafe abgeschafft wird. Wir verbinden es nicht mit der Steuervorlage 17. Es ist einfach wichtig, dass wir sagen, selbstverständlich ist die Steuervorlage 17 eminent wichtig für den wirtschaftlichen Erfolg der Schweiz. Dazu stehen wir und dafür setzen wir uns wirklich auch ein, dass so eine Vorlage auch möglichst gut und möglichst schnell entschieden ist. Auf der anderen Seite müssen wir aber schon sehen, dass die letzten Vorlagen allesamt der Wirtschaft zugute kamen. Und dass wir der Meinung sind, dass jetzt, bevor man auf weitere wieder eintritt, dass jetzt tatsächlich die Entlastung des Mittelstandes schon eine absolute Priorität ist. Das ist unser Bekenntnis, das wir abgeliefert haben in der letzten Sessionswoche. Die Entlastung des Mittelstandes ist auch immer wieder ein Thema, wenn es darum geht, eine Rentenreform aufzugleisen. Eine Rentenreform ist vor Kurzem gescheitert. Eine Rentenreform, die Sie unterstützt haben. Nun hat der Bundesrat daraus die Konsequenz gezogen und eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um bis zu 1,7 Prozentpunkte gefordert zur Finanzierung der AV. Das finden Sie nun auch wieder nicht gut. Droht uns in diesem wichtigen Thema eine politische Totalblockade? Es ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Und es ist nicht ganz unmöglich. Das war auch einer der wichtigsten Gründe, warum die CVP ganz klar für diese Vorlage 2020 eingestanden ist. Nicht, weil wir die Überzeugung hatten, dass das perfekt ist, aber weil wir zutiefst davon überzeugt waren, es war ein Schritt in die richtige Richtung. Wir wollen diese Auseinandersetzung nicht mehr wiederholen. Der Volksentscheid ist zu akzeptieren. Aber ich bin schon der Meinung, dass, wie es im Abstimmungskampf dann manchmal leichtfertig gesagt wurde, wir zimmern in no time eine neue und bessere Vorlage daher, das habe ich nie geglaubt. Und diejenigen, die das Referendum mitgetragen haben, haben das bis jetzt auch nicht zeigen können, was denn dieser famose Plan B wäre. Der Bundesrat ist insofern konsequent, als er einen Vorwurf, den man der alten Vorlage gemacht hat, kontert. Ein Vorwurf gegenüber der alten Vorlage war, das geht ja nur bis 2030. Und der Bundesrat ist insofern konsequent, dass er sagt, was es bedeutet, wenn man über 2030 hinaus die AHV sicherstellen will. Das bedeutet eine massive Erhöhung der Mehrwertsteuer. Wir sind jetzt aber schon am Anfang. Und die CVP verschliesst sich einer neuen Vorlage überhaupt nicht. Wir müssen uns alle zusammensetzen, wir müssen den Volksentscheid akzeptieren. Und wir müssen eine Vorlage zimmern, die mehr Chancen hat auf Akzeptanz bei der Bevölkerung, als es die alte hat. Das wird nicht ganz einfach. Das wird vor allem eine Suche nach den Partnern sein, wofür die CVP sich verantwortlich fühlt. Denn wir sind diejenigen, die aus der Mitte heraus solche Reformen aufgleisen. Ohne uns wird eine solche Reform erst recht chancenlos. Wir sehen, dass die ganze Schweizer Politik wie die Katze um ein Thema und einen heissen Brei herumschleicht. Und das ist die Frage der Erhöhung des Rentenalters. Darüber will niemand reden. Was sagen Sie dazu? Brauchen wir eine Erhöhung des Rentenalters? Wir brauchen sie aus meiner Sicht ja. Wir brauchen sie. Aber es ist auch die Form, und ich teile Ihre Bemerkung nicht, Ihre Ansicht, wir schleichen da nicht herum, sondern wir sind mindestens von bürgerlicher Seite her, sehen wir, ist Konsens, dass wir mittelfristig länger arbeiten müssen und länger arbeiten können. Nicht alle, nicht alle, sondern aber dass es doch zunehmend Menschen gibt in diesem Land, denen etwas längere Arbeitszeit durchaus zumutbar ist, die sie das zum Teil sogar selber wollen. Aber es ist dann eben die Frage, wie sie in der direkten Demokratie Vorlagen, Zimmern, Vorlagen erarbeiten, die eine gewisse Chance haben auf Akzeptanz bei der Bevölkerung. Eines muss man sich schon im Klar sein. Wenn für mich persönlich es zum Beispiel klar ist, dass das Rentenalter für Frauen auch auf 65 angehoben wird in der Bevölkerung, glaube ich, ist dieser Konsens jetzt nicht so breit, als dass man da schon mit dem nächsten Schritt wieder kommen könnte. Das ist eine Frage der politischen Klugheit. Aber da frage ich mich immer, das müssen wir jetzt auch nicht weiter vertiefen, ob es wirklich Sinn macht, immer noch dieses Frauenrentenalter in den Vordergrund zu stellen, und ob man nicht die generelle Erhöhung in den Vordergrund stellen soll. Wäre das nicht ein Schritt, um zu sagen, jetzt lassen wir dieses heisse Thema und zielen eigentlich aufs Ganze, nämlich auf die wirkliche Erhöhung des Rentenalters? Nein, dann werden Sie scheitern an der Urne. Ich meine, Sie als Journalistin, Sie als Bürgerin dieses Landes können das fordern. Sie können das auch intellektuell durchaus sauber begründen. Ich bin dafür verantwortlich, dass in diesem schwierigen Dossier das Volk die Zustimmung geben kann. Das Volk wird uns die Zustimmung nicht dafür geben, wenn eine Mehrheit der Bevölkerung den Eindruck hat, hier macht die Politik zu viele Schritte auf einmal. Wir sollten schon zuerst einmal das erledigen in diesem komplexen Dossier, was für uns realistisch erscheint, bevor wir dann schon das Nächste angehen. Ein anderes komplexes Dossier ist ja die Gesundheitspolitik, wo Sie sich profilieren wollen mit einer Kostenbremse, mit einer Initiative. Sie sehen und Sie sagen das auch, dass Sie auch in der Mitte den Zwang haben zur Profilierung. Aber glauben Sie, dass eine Volksinitiative da der richtige Weg ist und dass man diesen Weg wirklich in den Gesundheitskosten so beschreiten kann? Wir ergreifen die Volksinitiative nicht einfach, um uns zu profilieren. Da gibt es einfachere, kostengünstigere und wesentlich weniger aufwendige Mittel, um sich zu profilieren. Also ein Interview von Exponenten mit uns erreicht auch manchmal die grössere Wirkung. Aber in der direkten Demokratie hat man, auch als politische Partei, als Ultima Ratio die Volksinitiative. Und wir sind nun mittlerweile im Gesundheitswesen in der Situation, dass wir wirklich als Ultima Ratio eine Volksinitiative prüfen müssen, die die Akteure zwingt, endlich das zu tun, wo alle wissen, was sie eigentlich tun müssten. Wir haben in diesem Gesundheitswesen das Problem, dass auf der einen Seite bis zu 6 Milliarden in der Grundversicherung einsparbar wären. Wir haben ein Einsparpotenzial von 6 Milliarden, ohne dass die Qualität der Grundversorgung überhaupt tangiert würde. Diese Zahlen stammen nicht von mir, sie stammen von kompetenteren Leuten. Aus dem Expertenbericht. Aus dem Expertenbericht. Auch der ehemalige CEO von Novartis hat sich in diese Richtung geäussert. Wenn Sie das sehen, wenn Sie sehen, man kann 6 Milliarden einsparen und niemand tut das, dann müssen Sie sich fragen, warum. Und meine Auffassung ist, es tut niemand, weil alle Akteure, ausser der Prämienzahler, mit diesem System sehr gut leben können. Sie verdienen alle sehr gut. Wir haben falsche Anreize in diesem System. Und eine Volksinitiative, die die Kostenbremse will, ist eigentlich ein Damoklesschwert, das zur Selbstdisziplinierung dieser Akteure zwingt. Es ist eine ähnliche Einrichtung, die sich zum Beispiel bei der Finanzpolitik in der Schweiz sehr bewährt hat. Die Schuldenbremse zwingt das Parlament, die Akteure zu einem gewissen Verhalten, weil wenn sie es selber machen würden, würden sie sich nicht daran halten. Und das müssen wir beim Gesundheitswesen auch hinkriegen. Da bin ich zutiefst davon überzeugt, dass das mittlerweile nötig ist. Weil wenn die Prämienentwicklung so weitergeht, dann wird in kürzester Zeit der Mittelstand, der nicht von Prämienverbilligungen profitiert, sondern der, der alles selber bezahlen muss, wird der Mittelstand dann revoltieren. Letzter Punkt. Aus liberaler Sicht und aus bürgerlicher Sicht ist eine Einheitskasse nicht erwünscht. Wir glauben an den Wettbewerb. Wenn Sie aber sehen, wie diese Initiativen immer wieder in gesunden Rhythmus kommen, die alle paar Jahre wieder, dann sehen Sie, dass in der Westschweiz die Akzeptanz für eine Einheitskasse schon gegeben ist. Und wenn die Entwicklung so weitergeht, dann bin ich überzeugt, dann wird diese Akzeptanz auch in der Deutschschweiz eintreten. Das wollen wir auch verhindern. Also all diese Akteure, es ist interessant im Gesundheitswesen, ich bin jetzt erst neu in dieser Kommission und als wir dann gesagt haben, wir machen eine Initiative, dann habe ich sehr viele Gesprächstermine erhalten mit all diesen Akteuren, die unbedingt das Gespräch mit mir suchen, und diese Gespräche verlaufen alle wirklich ähnlich. Sie sagen, ja, wir wissen, es ist schlimm und ja, es ist eigentlich eine gute Idee, aber nein, wir tun es nicht. Oder noch der letzte Satz, die anderen sollen es machen. Und das ist genau das Problem. Sie sind gerade so schön daran, alle grossen politischen Probleme der Schweiz zu lösen. Da kommen wir noch zum Schluss noch zu einem anderen ganz grossen, das ist die Europapolitik. Glauben Sie, dass der Bundesrat jetzt auf dem richtigen Weg ist, indem er gesagt hat, okay, wir wollen ein Rahmenabkommen, gleichzeitig wollen wir aber die Rechtsfragen durch ein Schiedsgericht klären lassen? Es ist ja schon begrüßenswert, dass unsere Landesregierung jetzt überhaupt wieder einmal etwas will im Verhältnis zu Europa. Denn das war jetzt schon fast ein Jahr lang nicht ganz klar, ob der Bundesrat als Kollegialbehörde überhaupt eine klare Position gegenüber Brüssel hat. Das hat mit den Wechseln im EDA zu tun, das hat aber auch mit der Art und Weise zu tun, wie der Bundesrat sich mit diesem Thema auseinandersetzt, nämlich aus meiner Sicht zu wenig offensiv und zu wenig klar. Wenn ein Rahmenvertrag nötig ist, dann sollte man ihn jetzt mit Brüssel aushandeln. Man sollte dann zurückkommen und dieses Verhandlungsergebnis dann dem Parlament und dem Souverän vorlegen. Und dann sehen wir weiter. Ich persönlich bin zutiefst überzeugt, dass es der Bundesrat, vor allem aber die Wirtschaft, bis jetzt sehr stark verpasst hat, der Bevölkerung überhaupt zu erklären, warum wir das überhaupt brauchen. Sie haben der Wirtschaft einen offenen Brief geschrieben und sie aufgeführt. Sie haben sie regelrecht verantwortlich gemacht für die Akzeptanz der Personenfreizinnigkeit. Das ist eine starke Position. Ja, natürlich. Die Bevölkerung akzeptiert, hat mehrfach den bilateralen Weg bestätigt. Es gibt kein Land in Europa, das so oft, nämlich elfmal seit 1992, sich zu einem positiven Verhältnis zur EU geäussert hat wie die Schweiz. Aber dieser bilaterale Weg ist klar der Königsweg, der Erfolgsweg, der vom Volk auch bestätigt wird. Wenn man jetzt weitergehen will und sagen will, damit wir gewisse Dinge regeln können mit der EU, brauchen wir diesen Rahmenvertrag, dann frage ich zuerst, wer braucht ihn? Dann erhalte ich die Antwort, die Wirtschaft. Dann sehe ich aber bei der Wirtschaft im Moment ein kritisches, auch kritische Voten gegen einen solchen Rahmenvertrag. Ich sehe auch eine gewisse Passivität. Und mit solchen Haltungen gewinnen sie keine Volksabstimmung. Aber ist es nicht ein bisschen billig, den schwarzen Peter einfach weiterzuschieben? Immerhin, wir hatten eine Bundespräsidentin Leuthard, die sehr dezidiert in ihrem Präsidialjahr eine Lösung erreichen wollte und daran gescheitert ist. Also nur der Wirtschaft in die Schuhe zu schieben, ist, glaube ich, nicht sehr korrekt. Ich schiebe Ihnen nicht den schwarzen Peter zu, aber ich sage, eine solche Abstimmung, die einen wie auch immer gearteten Rahmenvertrag beinhaltet, gewinnen sie nur in der Schweiz, wenn sie die Schweizerinnen und Schweizer überzeugen können, dass das für den Nutzen der Schweiz ist. Diese Argumentation vermisse ich im Moment sehr, sehr stark. Ich vermisse sie aber auch etwas beim Bundesrat. Ich vermisse sie bei all denen, die sagen, der bilaterale Weg ist am Ende. Für mich ist der bilaterale Weg der Königsweg. Für den Erhalt dieses bilateralen Weges kämpfen wir. Deshalb lehnen wir auch diese entsprechende Initiative der SVP ab. Die weiteren Schritte mache ich aber nur, wenn man mich auch davon überzeugt, dass sie im Nutzen des Landes sind. Und da ist die Wirtschaft gefordert. Und ein Rahmenabkommen, gehört das für Sie zum Königsweg? Ein Rahmenabkommen kann zum Königsweg gehören, wenn er die Freiheit und die Souveränität berücksichtigt. Wenn man diese Ideen hört, dass der Europäische Gerichtshof dann als letzte Instanz entscheiden sollte, dann ist das für uns eine rote Linie. Da haben wir immer gesagt, jetzt ist eine Schiedsgerichtslösung einmal angedacht. Wir wollen einmal sehen, was die EU dazu meint. Die EU scheint im Moment ja auch kein grosses Interesse zu haben an einer Verbesserung des bilateralen Verhältnisses zur Schweiz. Insofern braucht es immer zwei für einen Tango. Wir warten einmal ab, was Brüssel zu diesen Vorstellungen des Bundesrates sagt. Aus meiner Sicht müsste die EU dann aber schon auch etwas freundlichere Signale gegenüber Schweiz geben. Das haben wir einen ganzen Tour d'horizon durch die Schweizer Politik gemacht. Die CVP mag schon länger nicht mehr die wählerstärkste Partei sein. Als doppelt koalitionsfähige Mitte-Partei kommt ihr in der schweizerischen Politiklandschaft dennoch auf absehbare Zeit eine Schlüsselrolle zu. Allerdings kann sich die CVP nicht einfach auf die Geometrie der herrschenden Verhältnisse verlassen. Sich im Zeichen christlich-konservativer Werte erfolgreich neu zu erfinden, ist kein Leichtes. Denn Konservatismus gehört heute längst auf breiter Front zum progressiven Trend. Herr Pfister, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen für die Einladung. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind, am 29. April bei NZZ Standpunkte. Unser Thema, die Globalisierung und ihre Folgen. Unser Gast, die renommierte indische Sozialanthropologin Shalini Randeria, seit 2015 Rektorin des Wiener Instituts für die Wissenschaft vom Menschen.